Gucken Sie so, mein Lieber. Das kann nicht so weitergehen mit dir. Das geht nicht, Junge. Du bist da richtig so, keine Ahnung, was mit dir los ist die letzten Jahre, aber irgendwie bist du ganz schön am Ablusen, Junge. Das kann nicht sein, Mann. Leute, die Welt, die wartet auf dich draußen, Mann. Du bist so ein bisschen, keine Ahnung, was mit dir los ist die Gurkensohne. Guck mal hier, du kannst doch mal wieder so eine rote Zwiebel essen, die Gurkensohne, oder traust du dich nicht mehr. Kann doch nicht sein. Guck mal, so eine Zwiebel, falls du dich noch erinnerst, die haust du einfach in den Mixer rein, zack. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Gucken summen. Aber du hast ja mal Zeiten gehabt, da hast du gesagt, du bist der Challenge-Boss, oder? Dein Zwiebel gegessen. Der Gurkensohn ist halt der Gurkensohn. Da kommt keiner heran. Hat er sich wohl gesagt. Jetzt haben wir noch eine zweite Zwiebel rein. So, mein lieber Gurkensohn. Hier haben wir mal ein bisschen, 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 was für die Kopfdichtung. Bam, bam, bam. Damit es immer nicht gleich durchgeht hier heute Morgen. Jetzt habe ich wieder kein Glas. Trottel. Gurkensohn, ja Gurkensohn. Was machen wir mit dir? Na egal. Guck hier, Gurkensohn. Ich nehme extra ein schönes Bierglas für dich und fülle mir hier meine super eklige Pampe ab hier. Gurkensohn, mein lieber Freund. Moment. Dieses Jahr kommst du wieder. Und wenn nicht, dann brauchst du gar nicht wiederkommen. Ne? Das sage ich dir. Ich meine, du kannst ja eh machen, was du willst. Du bist ja Gurkensohn, ne? Pröster hier. Auf Gurkensohn den Challenge-Boss, ne? Wenn er dann meint, er ist der Challenge-Boss, ne? Dann Prost. Ne? Aber wenn du nicht wiederkommst, Gurkensohn, dann ist das vorbei mit Challenge-Boss. Prost. 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 Alter Falter, na gut, da muss ich noch in die Hände. Prost. Zwiebelsaft auf Gurkensohn, Junge. Zeig dir mal wieder auf YouTube. Bis dann, Leute.